Wie soll er heißen, der Wasserturm am Ostkreuz? Ihr könnt noch mitmachen bis zum 30. November. Einige Vorschläge sind schon eingegangen, zum Beispiel Pickelhaube oder ganz niedlich schwarzer Spargel oder ganz kurz Vaso nehmt teil und die Auflösung gibt es dann am 15. Dezember in der Weihnachtssendung hier beim Fernsehfunk Berlin. Ich freue mich natürlich über ein Abonnement dieses Kanals und natürlich das Liken und Kommentieren. Bis dahin, habt Spaß, bis dann, tschüss.